Beobachten, Messen, Auswerten. Die Mangold International ermöglicht professionelle Interaktionsforschung. Bei der wissenschaftlichen Beobachtung kommt es auf jedes noch so kleine Detail an. Wir helfen unseren Kunden professionelle Forschungsergebnisse zu erarbeiten, denn Beobachten ist viel mehr als nur Zuschauen. Auf der ganzen Welt setzen Forscher Lösungen von Mangold ein, um etwa zu klären, wie Kinder Strategien erlernen, wie Teams Probleme lösen oder wie das Cockpit eines Autos gestaltet werden muss, damit der Fahrer nicht vom Straßenverkehr abgelenkt wird. Inzwischen zählt die Mangold International Kunden in über 40 Länder. Die Exportquote liegt bei mehr als 50 Prozent. Wissenschaftler benötigen Werkzeuge, die ohne langes Training intuitiv bedienbar sind. Deswegen entwickeln und installieren wir wissenschaftliche Beobachtungslabore als Komplettlösung. Alles aus einer Hand. dazu gehören speziell von Mangold entwickelte Softwarelösungen mit Oberflächen und Handbücher in unterschiedlichen Sprachen. Aufeinander abgestimmte Hardware, Import- und Exportabwicklung sowie der Aufbau von Interaktionslaboren. Besonderen Wert legt man auf Schulungen vor Ort mit einem Partnernetzwerk in über 25 Ländern. Die Planung und Beratung erfolgt je nach Kunde auch in Englisch, Italienisch und Niederländisch. Eine langfristige Betreuung ist selbstverständlich. Alles von der Zentrale aus. Hier in Arnsdorf in Niederbayern. Da jedes Forschungsprojekt unserer Kunden individuell ist, entwickeln wir auch für jeden eine individuelle Gesamtlösung. Als Ein-Mann-Unternehmen 2003 gestartet liefert die Mangold International heute ihre Systemlösungen weltweit aus und betreut inzwischen über 1000 zufriedene Kunden rund um die Erde. Ein toller Erfolg.